Wie macht sie das nur? Dagmar Wöhrl ist nicht nur TV-Löwin, Businessfrau und Politikerin. Die 69-Jährige sieht auch immer noch unfassbar gut aus. Kaum zu glauben, dass sie im nächsten Jahr 70 wird. Vor 45 Jahren wurde die gebürtige Nürnbergerin zur Miss Germany gewählt und auch heute könnte sie sicher noch den ein oder anderen Schönheitstitel abstauben. Da muss es doch ein Geheimnis geben, wie sie es schafft, so fit zu bleiben. Bunte.de trifft sie auf der SIX-Damenwiesn in München zum Interview. Es ist mir furchtbar leid, ich werde es immer wieder gefragt, aber ich habe es leider nicht. Es sind wahrscheinlich auch die Gene. Meine Mutter, bis sie gestorben ist, hat sie auch immer noch schlank gewesen und war fit und aktiv. Es sind wahrscheinlich die Gene bei mir. Von wegen Ausdauersport und harte Diäten. Dagmar Wöhrl mag es lieber entspannt. Auch da muss ich sie leider enttäuschen. Ich bin nicht so sportlich, aber ich schwimme sehr gerne, das mache ich sehr gerne und gehe auch sehr gerne wandern. Schwimmen und wandern, vielleicht ist ja genau das ihr Geheimnis.